Hallo zusammen, hier ist Enrique Rodriguez, der Seat Music Talent von letztem Jahr. Für mich war das Erlebnis einfach ein Karriereboost. Ich durfte so viele Leute kennenlernen, für so viele Publikum singen und ich habe so viel dazu gelernt. Wenn du auch auf dieser grosse Bühne stehen willst, dann melde dich an. Wer weiss, vielleicht bist du der nächste Seat Music Talent.